Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darwin Project, wieder unterwegs als Survivor. So, mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen besser abschneiden. Keine Ahnung, ich habe meine selbe Wabe wie letztes Mal auch. Kann das sein? Wird die Map trotzdem random generiert? Nein, wird sie nicht. Ich kenne diese Stelle hier. Oh, hallo, Zug. Da ist wieder mein Haus. Ist ja gut, dass ich jetzt auch wieder gespawnt bin wie vorher auch. Wir gucken gleich mal auf die Karte, ob die dann auch genauso gespawnt sind wie vorher auch. Wenn ja, müsste Flock jetzt über mir sein und links Kun dran und irgendwer anders, weil Tau Tau ist Spectator. Der ist zuerst gestorben, deswegen macht er den Spectator. Da ist da, Luca. Da ist Maru. Mit denen will ich mich beiden nicht anlegen eigentlich. Okay, fünf Pfeiler habe ich zu Beginn. Mehr Leder eigentlich. Für was denn, ist die Frage. Tja, was nimmt man denn jetzt nun? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht auch den Speedboost. Ich meine, die Kälte geht sogar eigentlich noch. Das ist jetzt nicht so krass. So, das Leder, das Holz. Bevor wir das machen, machen wir erstmal noch ein paar Schneebälle. So, fünf Stück am besten. Ja. Ja, ja, ja. Ups. Ja. Das ist wieder das lustige Schiff. Dann machen wir ein Speed. Kostet nur Leder. Plus fünf Prozent. Und vielleicht dann gleich einmal die Axt. Äh. Weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Okay, hier war noch keiner. Ist hier irgendwer bei mir? Nein, die sind noch alle. Blocks in der Mitte. Da oben, die prügeln sich. Okay, gut. Dann snacken wir hier erstmal alles weg. Oh, guck mal, die Bötchen. Da ist ja voll süß. Harter Kampf ums Überleben. Oh, guck mal, die Bötchen sind nicht niedlich. Ja, so bin ich. Okay. Drei Arrows. Nice. Da ist ganz viel Holz. Das ist gut. Und noch ein Leder für Schaukel-Upgrade. Ja. Ja, ja, gleich. So, wo bin ich? Ich bin hier. Da hinten ist Flocke. Wir machen erstmal ein Feuerchen. Was kostet ein Schild? Drei Leder. Okay, das ist auf jeden Fall besser. Erstmal. Das ist alles andere. Gut, wir wärmen uns auf. Hallo, Shigo. Hallo, Tau-Tau. Elektronik. Bitte was? Warum gehst du nicht zum Elektronik, sage ich. Ach so, ähm. Wo ist denn das? Hier in der Mitte. Ach da. Ja. Mal gucken, was Flocke so macht, ne? Ah, du weißt das. Ja, ich saß vor. Ja, ich saß vor der Karte. Maxxin. 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 So, zwei Smoke Bombs, okay. Die sind auf zwei, gut zu wissen. Da war auf jeden Fall. Oh Gott, das ist ein Turret. Das ist ja räudig. So nicht, Fräulein, so nicht. Aha. Komm her, Fräulein, komm her. Ha. Schwein gehabt, Madame, Schwein gehabt. Und die Pfeile hole ich mir wieder. Sie ist weggelaufen. Okay, ähm, das Elektronik muss ich mir noch holen, natürlich. Die Elektronik ist abhängig. So. Die Grösche. Geht's nicht hoch. Na, ist aber egal. So. Elektronik schnappen bei uns, hoffentlich. Ich muss gleich ein paar Pfeile craften. So. Ähm. Was weiß ich denn? Lebt. Ne, Quatsch. Die Geküge. So, okay. Wir gucken nochmal, ob wir Flockung verbinden. Die ist ja sicherlich immer noch angeschossen. Da ist sie. Und sie ist so gut wie... So much wie down. Oh, da ist eine Kiste. Oh. Da hat sie Angst. Das, ich treib sie nicht. Okay, warte mal. Pfeile. Ah, ich seh die nicht mehr, schade. Okay. Okay. Oh, es wird kalt. Was Gutes. Pfeile. Okay. Wo ist Flocker? Flocker ist... Da. Ah, ich bin getrackt. Na gut, wir gehen jetzt mal aus der Zone. Oh, Gravity Storm. Oh, Gravity Storm. Um Gottes Willen. Pfeile. Was mache ich mit dem Rind? Was mache ich mit dem Rind? Oh, das ist jetzt mal aus dem Rind? Oh. Oh. Und Rind down. Oh, oh. Na toll. Ich will... Nur hier rein. Kommt hier rein. Kommt hier rein. Oh nein. Das ist du lichert. Ja, ich bin da noch geheilt. Ja, schön. Damit er mich auf mich trifft hier. Wunderbar. Oh, kacke. Kacke, kacke, kacke. Jetzt mach doch. Chico, wer ist da vorne? Ich weiß. Warte, ich geb dir Unsichtbarkeit. Bist unsichtbar? Anna ist ein Schieb. Ja. Pass auf, du hast eine Boxen irgendwo. Anna ist ein Schieb. Was ist das denn? Hm, wer das wo ist? Wo ist die? Erstmal checken, äh, checken. Erstmal checken und checken, ja? Northeast Zone is about to be forbidden. Ah, ich hab gleich keine Pfeile mehr. Das ist nicht cool. Ihr müsst aus der Zone raus. Bedenkt das bitte mit. Mist. Ist nicht, die Zone wird gleich verblicken. Scheiße. 30 Sekunden. Mist. Komm schon. Wie groß ist denn die Zone? Oh oh. Kann ich meine Gegebabbel poppen? Das sind die Schlimmsten. Ich hab meine Bubble. Ich hab die Zone. Hu! Oh. Oh. Scheiße. Oh, Shiro. Alles gut. Ah, fuck, man. Gar nix gut. jetzt bin ich hier kann nichts tun werden wir mich schneller ist das jetzt freudig problem sie ich habe mega low health hat falsch haben ich glaube nicht oh mein gott hallo das ist ja die bärfalle hat doch geklappt was machen wir jetzt noch eine elektronik das war nicht nett ja ich hab jetzt eigentlich alles aber wer lebt denn maru flocke und ich ja maru schnappt sich eine elektronik natürlich macht er das maru alles klar hat gesessen dass es mal interessanter wird wenn wir in eine zone kommen ich komme da hoch kampfzone gedodged tja was willst du machen gegen jemanden der das spiel schon hundertmal gespielt hat nicht gar nix korrekt maru war nicht schlecht er hat mich sogar in die zone geforscht er wollte hier close combat action machen ja ja da kommt er ja schon man haben ich mache den juck jetzt auf der finale zone geht leider nicht leider nein ist nicht mal voll leider nein ich weiß dass du da bist jetzt erst recht das habe ich gehört du arsch bleib mal hier alles geht gar nicht mehr ok nein haben wir auf der letzte zone gehen können ja zu Chi dann das war ja nicht so schwer bis zum nächsten 3K ja 3K ja 3K 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 4K 4K 5K 8K 7K 7K 6K 7K 9K 7K